EXCLUSIV! Die letzten Entschüllungen im Mord an dem weltberühmten Produzenten Montferrand. Ja, sein plötzliches Lebewohl ist einer der glücklichsten Abschiede meines Lebens. Das kann man mit Fug und Recht sagen. Mademoiselle, als Sie Montferrand verließen, erwähnte er da, dass er jemanden erwartet? Unsere Unterhaltung fand ein abruptes Ende. Warum? Ja, ich hatte es eilig, die Nacht brach herein. Um 14.20 Uhr. Gestehen Sie, Mademoiselle, Sie kommen mit 20 Jahren Zwangsarbeit davon. Ich muss etwas gestehen. Kann ich das vielleicht bei Ihnen machen? Gewiss. Es ist beschlossen, Pauline. Ich werde Erfolg haben. Geld, Anerkennung, eine große Schauspielerin sein. Ich gestehe. Und was gestehen Sie? Mein Verbrechen. Sie bekennen sich schuldig des Mordes. Sie gestehen. Ich bin der glücklichste Mann auf Erden. Ich auch. Ich meine Frau. Was für ein Glücksfall. Dieses Jahr sind Mörder ganz schwer aufzuspüren. Vielleicht hast du jemanden dafür bezahlt. Gustav, du solltest bald in Pension gehen. In Pension gehen? Tippen Sie das doch nicht! So ein Verbrechen kann Wunder bewirken. Hallo, meine Püppchen. Ich kannte Morforan seit ich Schauspielerin bin. Vergangenes Jahrhundert? Ohohoho. Sie ist die benötige Tochter. Nein, ich kenne die Kleine erst, als sie ihr Verbrechen verwirklicht hat. Da ist sie in ganz Herz gewachsen. Sie haben mein Verbrechen gestohlen. Ich will's von ihnen zurück. Für heute mal selber. Noch mehr. 40 Jahre lang habe ich nicht gewagt, meinen Mann zu töten. Hätte ich das gewusst. Du darfst dich nicht meinetwegen mit deinem Vater überwerfen. Sie wollen einen Skandal. Sie bekommen ihn. Was für eine Schauspielerin. In den Stummfilmen war sie mir lieber. Und du bringst mich noch jemanden um. Mal sehen.